Nachdem die Erstbegeher drei Tage unterwegs waren und ich hochgekommen sind, war jetzt zu sagen, ja wir schaffen es in einem Tag fix und ein bisschen sehr hochgepokert. Man kann sich das glaube ich kaum vorstellen, wir sind an einem Tag 1600 Meter im Fels geklettert und wir hatten drei schlechte Seillängen ungefähr und der Rest war alles voll geiler Fels. Servus Leute, herzlich Willkommen auf Yuraclimbs. David, Lea und Elias waren den Sommer in Indien im Zanskartal unterwegs und haben dort einige Routen in besten Granit an spektakulären Bergen um die 6000 Meter wiederholt und auch einige neue Routen und sogar neue Gipfel erst begangen. In dem Video berichten David und Lea bei einem Vortrag in Kufstein über ihre Erlebnisse. Viel Spaß beim Video. Ich bin die Lea und ich bin dann irgendwann mal so angesprochen worden, so hey, was tust du denn im Sommer? Ich so, war ja, Studium fertig, weiß noch nicht ganz, was ich tue, würde gerne ein bisschen am Berg rumhatschen. Und dann ist der Elias und die Hanna damals noch auf mich zukommen und haben gefragt, so hey, wir hätten da so eine Idee, was schon mal in der Höhe? Und ich so, naja, ein bisschen halt so Vierer gemacht, aber halt noch nicht wirklich hoch, hoch oder? Und dann haben wir ein paar so Ziele zur Auswahl gehabt und dann haben wir uns halt irgendwann mal ein bisschen so auf Inde geeinigt und dann haben wir uns aber auch gedacht so, was, der Dritte ist cool, aber, was weiß ich, es kann immer irgendwas sein, holen wir uns noch mit dem Vierten ins Boot. Und dann irgendwann der Elias so, warte mal, er hat da noch wen. Und dann ist da irgendwann der David ins Spiel gekommen und dann haben wir angefangen, das Ganze zu viert planen und haben dann das Ganze eigentlich innerhalb von einer halben Monate von der Idee, dass ich angesprochen worden bin, bis Abflug innerhalb von einer halben Monate irgendwie so halb durchgeboxt auf die Reihe gestellt. Und dann ist uns leider echt zwei Wochen vorher die Hanna ausgeflogen, die hat sich am Kirschbaum zwei Wirbel gebrochen. Also ja, das bin ich, dann das ist der David und der Elias, die haben uns dann in Wien am Flughafen getroffen, sie haben alle angereist. Und was haben wir dabei gehabt vom Gewicht, vom Gepäck? Und durchreicht 240 Kilo sowas, davon das meiste für uns. Und wir hatten nochmal knappe knappe 50 Kilo, die wir aus Südtirol mitgenommen haben, um dort der Bergwacht zu übergeben. Einfach Material, was die gebrauchen können. Deli Flughafen, kommt man aus dem Flugzeug raus. Die schwüle Luft, heiße Luft, er schlägt ein und alles voller Lärm, rumgehupt, viele Menschen. Und wir wussten, okay, wir müssen jetzt 13 Stunden in einem anderen Ort, in einem Taxi stand, haben uns ein Angebot holen lassen. Und es war dann auch okay, hat gepasst. Währenddessen haben wir mal zehn andere Taxifahrer auf uns eingeredet, dass wir doch mit denen fahren sollen, dass es viel besser ist. Und genau, von dort ging es dann unsere, ich glaube, wir waren tatsächlich dann knappe 13 Stunden unterwegs nach Manali. Das waren gefühlt echt so meine Nahtoderfahrungen einfach. Also das ganze Drumherum danach war ganz okay, das Klettern, aber das war einfach sketchy as fuck. Und dann sind wir noch einmal über einen Schikanula-Pass, da liegt der höchste Punkt auf 5000, sind dann Richtung unserem Ausgangsdörfchen eigentlich gefahren. Und das war in dem Fall dann halt diese Straße. Also eine Strecke von knapp 200 Kilometern, wo wir ungefähr zehn Stunden unterwegs waren. Also Wahnsinn. Genau, und halt einfach alles eine absolute Dauerbaustelle und die bauen irgendwas auf und fünf Tage später kommt der Regen und reist wieder alles runter. Genau, und dann sind wir eben nach zwei Tagen Reisen im Sanskartal angekommen. Das Haupttal dort, ein sehr entlegenes Tal, wenig Tourismus bis fast keiner und viel Landwirtschaft und sehr eine schöne Community dort im Tal, weil sich nicht alle kennen und total eng miteinander arbeitet. Genau, ganz spannend auch vielleicht, das ist so Ladakh, das ist die Region und das war ein ewig langer Königreich, ich glaube bis 1940 oder sowas. Also die war davor einmal schon ein bisschen in Indien unterwegs und du merkst in diesem Tal oder generell in diesem Bundesstaat irgendwie echt ein bisschen ein Unterschied zum Rest von Indien. Und das war total nett, wir haben das Ganze, wir haben uns lange überlebt, auch schon im Vorfeld, machen wir das komplett als allein, dass wir sagen, wir tragen alles allein auf, wir machen alles bla bla bla, aber logistisch auch mit dem Gepäck hat es auf Dauer und durchgerechnet einfach nicht ganz funktioniert. Es hat schon drei, vier Expeditionen davor in dem Tal gegeben, haben das auch mit so einer Mini-Agentur, sage ich jetzt einmal, gemacht und die haben wir dann auch sozusagen gefragt, so hey, habt ihr Bock da mit uns ein bisschen zusammenarbeiten? Und da hat uns der ganze Liebesmädel dann in Empfang genommen, haben dann in ihrem Haus da wohnen dürfen. Wir haben ein paar Kooperationspartner gehabt, kommen da noch dazu und wir haben ein bisschen geschaut, dass wir einfach ein Zeug auftreiben für die Kids oder auch für die Bevölkerung vor Ort und was du, ja genau, total süß, was volle Lieb war, mit dem wir nie gerechnet haben, so ein Sticker oder von einem Buff war das, glaube ich, das war so lieb, einfach so ein Etikett, so ein Preisschild oder was halt klebt, haben die sich einfach instant auf irgendeine Löcher in die Daunenjacken geklebt, also so Sachen, mit denen, wo ich mir gedacht habe, so hey, wenn du wieder mal was mitnimmst, nimmst sowas mit, so Reparaturflickzeug für Daunenjacken oder für Gore-Tex-Zeug, weil das dann scheinbar da oben halt voll keiner richtig gehabt hat. Das war dann so Dungri, das ist so ein kleines Dörfchen eigentlich, das letzte, bevor es dann bei uns aufgegangen ist. Es liegt auf 3,7, also 3,50 sowas, 3,75, so einmal ein bisschen eine Klimatisierung, da haben wir uns vorhin so Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen und waren dann einmal so drei, vier Tage in dem Dorf. Auch total cool, wir haben dann so eine offizielle Übergabe gehabt, wo wir das ganze Material von Südtiroler übergeben haben und sind dann da eingeladen worden, eben das zu übergeben. Dann haben sie uns den Apothekenschrank gezeigt oder halt, das ist so im Dorf das Hospital gewesen und da total nett. Also wir haben echt, wir haben, ich glaube, 20 Paar Schuhe mitgehabt, Steigeisen, Pickel, Daunenjacken und am meisten happy waren sie eigentlich mit den Eisgeräten. So haben sie uns dann erzählt. Absolut begeisterte Eiskletterer sind. Und lassen wir mal ein Bild weiterklicken. Ja, genau. Und eben, also die Geräte, die sind bei uns seit Jahrzehnten eigentlich, nicht mehr Stand der Technik und die waren für die wirklich das absolute Highlight. Und haben sich total drüber gefreut. Und das war dann eigentlich der Tag drauf. Das war dann so der vierte Tag, nachdem wir ein bisschen auf 3-7 waren. Und da haben wir dann gesagt, so langsam packen wir es, jetzt steigen wir mal auf. Weil unser Ziel war es dann eigentlich echt, die nächsten vier Wochen auf 4-9 zu bleiben. Und das war so der Aufstieg. Und das haben wir dankenswerterweise mit Wörtern vor Ort gemacht. Das waren mal vielleicht so sieben, acht Leute, die uns plus Essen, mit denen wir zusammen draufgetragen haben, halt, die waren echt relativ cool. Die sind da aufgelaufen mit ihren Sneaker und ihre weißen Adidas-Schuhe und Bands, gell. Also Wahnsinn, was die koordinativ drauf haben am Fahrrad oder was die für Technik in dem Gelände gehabt haben. Wir hatten erst auf 17 Kilo pro Tasche gepackt. Und dann hieß es, nee, nee, viel zu wenig. Wir müssen nochmal 25 packen. Genau, von dort aus sind wir eigentlich dann losgezogen, ein bisschen in den hinteren Teil vom Tal und mal ein bisschen erkundet, was es dort gibt, wie die Bedingungen sind, wie wir über den Gletscher rüberkommen und einfach auch in die Höhe zu kommen. Also wir haben krass gemerkt, wie die Bedingungen sich verändert haben. Anfangs waren die ganzen Fünnflanken noch super, während nach zwei, drei Wochen ist das alles total zusammengebrochen. Es wurde alles Aper, unglaublich viele Nassschneelawinen ging überall ab, sodass einfach ganz vieles Objektiv für uns dann zu gefährlich war, es zu machen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, passt, jetzt waren wir dann so circa sieben Tage im Basecamp und sind halt ein bisschen akklimatisieren aufgegangen, haben einmal ein, zweimal umgeschlafen und irgendwie waren wir langsam schon so, ja, jetzt würden wir langsam gerne mal was tun. Und dann haben wir uns gedacht, hey, jetzt geht es bei uns allen drei halbwegs, fangen wir mal mit einer Tour an, die es gibt, da haben wir eine Topo, da wissen wir halbwegs wohin. Und das war die Rolling Stones, die ist von der Spanier, glaube ich, zwei, achtmal erst begangen worden. War mal ein cooles Herantasten eigentlich, einfach mal Fierenflanke rauf, dann haben wir dann noch was, genau, das war dann so die zweite, dritte Seillänge, David ist vorne raus, Lia sichert ihn gerade. Da ist rechts unten die vier Flanke, die immer raufgegangen sind und das waren, was waren das, sieben Seillänge und sowas. Ja, halt echt, was wir die nächsten Wochen auch haben oder die ganze Zeit hatten, war einfach unglaublich guter Fels. Also das ist einfach richtig Bock macht zu klettern, fest, rau und sauber. Mehr kann man sich da nicht wünschen. Und eigentlich immer gut abzusichern, genau. Und ja, das, was wir auch noch die ganze Zeit haben, wo wir noch ein bisschen eingeleitet wurden da an der Tour, war einfach on-site, einfach mal drauflos abzuseilen. Bei dem, da hieß es sogar, es gibt Abseiler, haben wir keinen einzigen gefunden. Genau, und da ging es dann nochmal weiter, über die Firmflanke runter. Konsequent hatten wir auch nie einen Aballakoff-Fädler dabei. Dann haben wir da auch ganz schnell gelernt, wie es gut mit dem Klemmkeil geht und das hat man bis zum Ende echt verdammt gut raus. Generell war eigentlich so, wir haben oft so einen Tag geplant, das war so ein Ruhetag, dann einen Tag gepackt, hergerichtet, was weiß eh, kommen wir noch später zum Basecamp leben und dann Tour gemacht, oder? Und dann haben wir jetzt zum Beispiel eben diese Rolling Stones Tour gemacht, dann haben wir wieder einen Tag im Basecamp gechillt, oder zwei, glaube ich sogar, dann halt gepackt und dann ist der Elias und eh, haben uns gedacht, boah, ja, die Conditions passen noch ganz gut. Wir starten noch einmal, jetzt nicht so eine Vollklettertour, sondern ein bisschen mehr so etwas Bergsteigerisches, würde ich jetzt sagen, und sind dann, ich kann es kurz erläutern, es gibt, das ist der Rimalaya, heißt der, das ist der rechts oben und höchste, den man da sieht. Und da gibt es einen Normalweg rauf und wir sind dann dadurch so ein Rimmens. Das war dann so die Tour, das haben wir gestartet, das war auch ganz spannend, weil es war so davor, neun Tage blauer Himmel, mega geil, und das war der erste Tag, wo dann neblig war. Und dann haben wir uns aber gedacht, okay, eigentlich ganz cool, weil einfach vom Schnee her, es waren Conditions, war ein bisschen, boah, Premium, war dann ein bisschen besser. Und das war dann echt einmal so, ich glaube, das wäre uns wenigstens ein 500 Kilometer, vielleicht in dem Terrain raufgepickelt und uns weiter durst, so schön sauer raufgestiegen, haben wir uns irgendwie durchgefunkelt und sind dann oben auf das große Schneefeld gekommen, haben uns dann gedacht, auf der linken Seite ist jetzt der Gipfel, haben gedacht so, easy cheesy, wenn wir noch drei Seillängen dann raufgehen, und die war es nett, wir haben immer gedacht, drei Seillängen, und im Endeffekt waren es dann neun, und man kann sich echt verschätzen, was Seillängen angeht, aber zwischen drei und neun ist halt echt, echter Unterschied, gell, und dann haben wir da oben halt einmal kurz getillt, sind dann wieder runter, rüber travestiert, und dann links da oben, wir haben alles mitgehabt fürs Bivakieren, und das haben wir dann auch gemacht, da haben wir da dann geschlafen, das war dann so die erste Nacht auf 6000, und wir haben halt gedacht, ja, okay, schauen wir mal, wie es funktioniert, und es hat ganz gut gepasst, das Einzige war halt, aber es ist Klassiker, glaube ich, auf so einer Höhe, du bist halt voll ein bisschen durstig, ein bisschen hungrig, und weil wir halt relativ leidweit unterwegs waren, und dann sitzt der Elias am nächsten Tag, das war der Peak 6060, und anscheinend, keine Ahnung, war der noch nicht bestiegen, und dann sind wir da halt aufer, sind wir da noch so rüber travestiert, und dann haben wir uns halt irgendwo so einen Weg abgesucht, und dann war ganz lieb, weil der Elias so, wir haben halt so volle Langwoe abwickeln müssen, und dann komme ich so unten an, und dann schaut er mich so an, kratuliere leer, jetzt bist du die Meilrampe zweimal abgepickelt, und dann habe ich halt voller Grinsen müssen, weil es war halt echt einfach so, ewig, ewig, ewige Abwickelei, und sind dann raus, und es war alles ganz cool gepasst. Genau, von dort ging es weiter an die Scharrestrie, also neben dem Remalaie, so eins unserer Hauptziele, weil eben der Berg noch unbestiegen war, es gab eine bestehende Route, die nämlich hier über diese Firmenflanken aufsteigt, und dann über den Ostgrad hoch, bis auf den Grad, und an den Grad hinter, und das hinter ist dann der Hauptgipfel, und genau, das war eine italienische Seilschaft, die waren da drei Tage unterwegs, und kam dann schlechtes Wetter, mussten abseilen, das ist das Ende von dem vorderen Grad, und hier ist dann der Hauptgipfel, also was von vorne nicht weit ausschaut, ist dann doch noch ganz schön weit, und der Grad schaut auch von hier nicht schwer aus, aber es war anhaltend Vierergelände, und es gab an der Stelle einmal 15 Meter Gehgelände, sonst musste man konstant klettern, und wir sind, ja, alles eigentlich als Seillängen geklettert, weil es im Laufenden auch nicht so richtig ging. Unser Ziel war eigentlich anfangs nicht über die bestehende Route hoch, sondern durch die Nord-Ost-Wand aufzusteigen, da gibt es so einen Riss, der sich die ganze Wand hochzieht, schaut ultra geil aus, man sieht schon aus dem Basecamp, und da haben wir einen ersten Versuch gestartet, genau, und da sind wir eben hier eingestiegen, voll motiviert, ja, nach 35 Metern haben wir erkannt, das wird heute nichts mehr, da hatte ich glaube, so eine A3-Länge erst begangen, war zwei Stunden in der Länge, ja, und dann wussten wir, okay, in den Tag scouten wir ein bisschen, sind wieder abgeseilt, und über dieses Kaminsystem, bis auf so ein Band hier hoch, und auf die Spitze, weil wir eben, man sieht es hier ein bisschen auf dem Bild, hier zieht ein Riss von hier bis nach oben durch, genau, und dem wollten wir folgen, haben da eigentlich erkannt, okay, es ist zu schwer, also in dem Stil, wie wir unterwegs sein wollten, geht das einfach nicht, und deswegen sind wir nochmal abgestiegen, ins Space Camp, wir haben ein bisschen begonnen umzuplanen, genau, Tag drauf haben wir nochmal neu gepackt, und sind nachmittags wieder losgelaufen, und wollten unterhalb von der Wand schlafen, und sind da, ich weiß nicht, morgens um drei oder so, in die Firnrampen da reingestartet, und waren erstmal auch wieder überrascht, wie lang sich alles zieht, und was wir dachten, was vier Seillängen sind, waren doch plötzlich irgendwie wieder sieben Seillängen, davon haufenweise anhalten, 70 Grad Blankeis, und wir hatten ein Quark, zwei Gullis, und vier Eisschrauben dabei, also irgendwie dann doch ganz schön anstrengend zu klettern, und von dort ging es dann weiter in den Fels, der auch, man kann sich das glaube ich kaum vorstellen, wir sind am Tag 1600 Meter im Fels geklettert, und wir hatten drei schlechte Seillängen ungefähr, und der Rest war alles voll geiler Fels. Genau, das ist dann oben der Grad, den man vorhin auf dem Bild gesehen hatte, der eben echt anhaltend, einfach saumäßig schwer ist, und man gar nicht so richtig gut Tempo machen kann, aber dann sind wir um 15 Uhr ungefähr an dem Tag auf den Gipfel angekommen, genau, waren echt beide volle paniert, haben oben nochmal unser letztes Essen aufgegessen, wir haben ein bisschen, nachdem die Erstbegeher drei Tage unterwegs waren, nicht hochgekommen sind, war jetzt zu sagen, ja, wir schaffen es in einem Tag fix, ein bisschen sehr hochgepokert, und hatten ganz leichtes Biwak-Material dabei, und waren sehr, sehr froh, es nicht brauchen zu müssen, weil es eine unglaublich kalte Nacht gewesen wäre, und haben uns dann eben auch einfach ans Abseilen hier über die Westseite gemacht, und da haben wir von unserem Kocher einen Kuchen bekommen, mit Congratulations for your summits, das war halt total lieb, und genau, das gab es dann zum Frühstück am nächsten Tag, das war richtig gut. Oh ja, spannend, wie du so zum Basecamp leben, also, das haben wir eh kurz auch angesprochen, also mit dem Kuchen, also mit dem hat es immer schon keiner gerechnet, was auch ganz spannend war, also das Frühstück, so unser Erdnussbutterkonsum war abartig, also als wir da gelöffelt oder geschaufelt haben, Kiloglas in zwei Tagen, weil das war ganz spannend, so zur Eindeilung, wenn wir so im Basecamp waren, war halt oft so, also man gehabt um neun Frühstück, neun Frühstück, um abends Mittagessen und um neunze Uhr Abendessen, und dadurch war der Tag eigentlich kurz fast, und irgendwie dadurch, dass wir so hoch waren, so auf vier, neun, und irgendwie so mit der Zeit vor allem dann auch, es war, oder auch am Anfang, es war einfach alles anstrengend, so am Anfang war Klo gehen anstrengend, und du hast halt versucht, echt so am Anfang so fünf Liter Wasser trinken, und es war halt wirklich, wenn du jede halbe Stunde aufs Klo rennst und immer woanders hin rennst, und dann ist halt dann das schon anstrengend, also das war so ganz spannend, wie halt, wie man es so tut, und ich glaube, jeder hat dann ein bisschen seine eigenen Routinen entwickelt. Ja, und wir haben es irgendwie auch mit der Zeit erst gecheckt, wie anstrengend eigentlich das Dasein allein schon da ist, weil wir im Schnitt haben wir zwölf Stunden geschlafen, was natürlich total abartig einfach ist, aber wir es gebraucht haben, und man trotzdem noch Mittagsschlaf hätte machen können. Genau, es war eben, also essenstechnisch waren wir verdammt gut, das war echt cool, was die uns da aufgetischt haben, und wir uns nie Gedanken machen mussten, was es gab, aber eigentlich jeden Abend halt gab es nie Reis mit Gemüse oder Nudeln oder irgendwas, und dann zum Frühstück gab es immer Pfannkuchen mit unterschiedlichsten Beilagen. Genau, abends haben wir viel Zeit im Zelt verbracht, haben Musik gehört, Podcast gehört oder einfach so überzeugt diskutiert. Das war eigentlich auch ganz cool, das war oft dann so Routine nach dem Abendessen, am Anfang immer noch so, welches Zelt gehen wir? Und dann hat es sich so ein bisschen herauskostellisiert, dass meins halbwegs aufgeräumt ist, nichts umgekehrt. Und dann haben wir uns eigentlich immer wieder da getroffen, und das war echt fein, weil da haben wir, dadurch, dass wir nur zu dritt waren, ist es schon kleiner manchmal als andere, größere Expedition, sag ich mal, und wir haben echt viel, viel, viel miteinander geredet. Und das war irgendwie auch voll wichtig, weil klar, immer wieder sind da mal irgendwie so ein paar Sachen gewesen, aber ich muss echt sagen, ich hätte es auch nicht gedacht, wir haben uns da kommunikativ echt cool beieinander gehabt. Also wir haben ziemlich schnell geredet, wenn was nicht gepasst hat, uns ausgeredet, und ich glaube auch, diese Abende im Zelt waren da voll wichtig, weil da jeder mit jedem geredet hat, manchmal halt so zu zweit oder dann zu dritt zusammengekommen ist. Es war so, dass es eh eine spannende Konstellation war, weil wir uns alle eigentlich nicht kannten. Also Elias ist mit Lea eine Skitour davor gegangen, ich bin mit Elias eine Mixtour gegangen, und Lea und ich kannten uns noch gar nicht. Also wir haben wirklich einfach nur das Ding zusammen geplant und wussten währenddessen halt so, ja okay, irgendwie harmonieren, das kriegen wir schon hin. Und es hat dann auch einfach mega gut funktioniert, wo aber voll viel einfach Absprechungsbedarf war und auch die Interessen unterschiedlich waren. Genau, das waren eben unsere Helfer, unser Koch, also der Sonan, unser Koch, der war die ganze Zeit mit bei uns. Der kam eben auch aus Tungri, dem Talort, und Tencent war die ersten zwei Wochen mit dabei, eben genau ein Student und Schickmatt war dann die letzten zwei Wochen dabei, auch ein Student aus Delhi und genau, auch beide einfach total lieb und konnte viel mit denen reden und über Politik diskutieren oder was auch immer. Es war echt auch cool, aber so als Kommunikationspartner dabei zu haben. Da haben die Südtiroler letztes Jahr extrem coole Touren rein oder eröffnet, beziehungsweise sind sie da geklettert und dann haben wir uns einmal gedacht, wir würden uns das gerne mal ein bisschen anschauen, ein bisschen mal reinschnuppern, was da so ist. Da waren einmal andere Österreicher auch schon einmal da drinnen und sind dann eigentlich einmal am Anfang an Tag eingestiegen, genau. Haben uns dann der Natur angeschaut, es war noch der Zustieg. Da muss man auch schon sagen, zu der Zeit, das war dann glaube ich schon so über der Hälfte von der Zeit, das wird wahrscheinlich so 19. Nacht circa gewesen sein von 28 Nächten von 30 Tagen. Verhältnisse haben sich schon ein bisschen geändert. Man hat mittlerweile schon echt viel Rockfall, also Steinschlagkart und generell hat man schon gemerkt, oh, okay, passt. Und dann sind wir da in Natur rein und wir gehen davon aus, dass die halt viel mehr im Eis geklettert oder im Schnee geklettert sind eigentlich, weil das, was wir dann da vorgefunden haben, so unten hat es noch gepasst und dann irgendwann einmal in der Mitte und dann noch ein Zweiter durch, glaube ich, sind wir dann ausgewichen. Dann bist du dann eh, hast du den Lied wieder übernommen, David? Genau, da war irgendwann war es mir aber zu blöd, ich hatte keinen Bock mehr in dieser Steinschlaggefährde drinne zu sein und dann ging nach links raus, voll der schöne Riss, den so, keine Ahnung, sieben oder sechs plus A1 geklettert und dann noch eine so Plattenseillänge, so 40 Meter, zwei Meter nach dem Stand gab es ein Placement und zwei Meter vor dem nächsten Stand gab es ein Placement und sonst durften wir so einfach einen wunderschönen Fünfer klettern und dann noch links ums Eck rum, manchmal zum Elias ist voll selbstsicher, ja, da gehen wir jetzt weiter, da kommen wir schnell hoch und dann hast du schon mal ums Eck geschaut und dann war halt plötzlich dieser Kamin da und irgendwie, okay, außen rum ging gar nichts, deswegen mittendurch, ich bin mal losgeklettert, ein paar Meter habe ich meine Bergstiefel hängen gelassen, ein paar Meter weiter einen Helm und ich hing dann so drin, hochgerobbt und dann war halt ein bisschen Elias als erster Nachsteiger der Depp, der dann alles einsammeln durfte und sich zwischen die Beine hängen musste und es dann mit zwei paar Bergstiefeln im Rucksack, zwei Helmen da dann hinterher geschrubbt. Also echt, das war die Tour, es war nichts Großes, aber es war einfach ein richtig schöner Tag und unser eigentliches Hauptziel da war auch nicht die Tour zu klettern, sondern zu schauen, ob wir im oberen Wandbereich, wo eben durch die Hauptwand bisher noch niemand gegangen ist, eine Linie finden und wir aus der Ferne nicht zurecht gesehen haben und dann aus der Nähe einfach nochmal genauer anschauen wollten und da saßen wir dann oben auf so einem Pfeilerkopf und ein bisschen gesehen, okay, aus der Nähe sehen wir auch gar nichts. Genau, und da geht es dann eigentlich auch schon so ein bisschen Richtung Ende von unserem ganzen Ding. Also wir haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir noch so, wollen wir noch so zwei größere Sachen machen eigentlich, haben dann wieder einen Tag im Basecamp getönt, eingräumt, ausgeräumt, getrocknet, sortiert, umsortiert, was auch immer und haben uns dann nochmal gedacht, okay, hier der Taktorie, der ist so von, wenn man sich jetzt ein bisschen so von der Einordnung her, der ist so, da ist der Gletscher, der macht noch so Kurven nach rechts, da sind wir damals von dieser Spark Traverse runtergekommen und das ist der, der eigentlich noch so in der Mitte steht, links sind jetzt so die Schieberge und da gibt es eine Kante, wenn du mal kurz aufgezeigst. Genau, also die Linie, also die Treasure of Sanska heißt die Route und die startet eben hier unten, zieht durch diese Schnee-Rampe hoch, geht dann hier ein Fels über und dann klärt man immer mehr oder weniger auf diesem Rücken, mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links und kommt dann oben am Hauptgipfel raus und seilt dann wieder über die Südwand hier ab. Genau, und da war halt ein bisschen bei uns aber der Gedanke, ja, okay, die Schneebedingungen sind echt zu dem Zeitpunkt richtig schlecht gewesen, was wir noch machen können und auch wollten als Dreierseitschaft nochmal unterwegs sein, sodass wir uns dann einfach für die Tour entschieden haben. Auch wieder, Erstbegeher waren drei Tage unterwegs, wir haben wieder drauf gepokert, dass es in einem Tag geht, wenn man leicht macht. Sind am, ich kann gerade weiterklicken, genau, sind eben echt mäßig guten Wetter aufgestiegen und da muss man sagen, ja, der Wetterbericht dort war komplett für die Katze. Wir sind halt immer einfach losgegangen, mal war es gut, mal war es schlecht und dort sind wir wieder aufgestiegen und haben dann oben unterhalb von der Wand gezeltet, genau, und sind dann auch wieder um, ich glaube um zwei in der Früh war dann der Wecker und sind dann irgendwie um halb drei oder so losgelaufen, erst mal auf dem Gletscher im Dunkeln, ich war vorne und irgendwann ging es ein bisschen Gletscher runter, das war ein bisschen irritierend, weil wir eigentlich hoch mussten und sind dann in die Tour eingestiegen, wir auch in den anderen Touren bisher einfach voll geiler Fels, richtig viel Fünfergelände, für uns auch die ersten paar bisschen schwereren Klettermeter mit zwei, sieben Minuslängen, jetzt an sich nicht so schwer, aber wir waren dort auch knapp über 6.000 und das hat dann doch irgendwie gescheit geschlaucht und die Osteuropäer sind jetzt nicht bekannt dafür, besonders leicht zu bewerten, was sich dort mal wieder gezeigt hat. Eröffnet von Slowenien, 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 und dort sind wir dann eben auch wieder um 15 Uhr oder sowas am Gipfel angekommen und haben da dann gesehen, ja, okay, es zieht gerade komplett zu und aus dem Westen kommt ziemliches Schlechtwetter ran, sodass wir uns dort schnell ans Abseilen gemacht haben und dann hat man tatsächlich eine ziemlich wilde Abseilerei, weil wir die Abseiler zuerst auch gefunden haben, es hat alles gepasst, aber dann voll das Gewitter reingezogen ist und wir echt einen Hagel kamen, den so keiner von uns bisher erlebt hat, wo innerhalb von ein paar Minuten einfach jedes Band wirklich 30 Zentimeter Hagel überall lagen und es war super unangenehm an der Wand und auch im Gletscher ein paar hundert Meter neben uns die Blitze eingeschlagen sind, was wirklich dann unangenehm war und wir halt auch wieder brutal zu leicht unterwegs waren. Die Bergstiefel haben wir unten am Wandfuß stehen gelassen und waren nur in Kletterschuhen unterwegs und wir hatten auch, ich weiß nicht, einen Liter Wasser pro Person und ein bisschen Essen. Ein Müsliriegel. Einen Müsliriegel so, so dass wir dann auch vollkommen verfroren unten ankamen und irgendwann sieht Lea ein Handschuh aus und meint, ja shit, meine Finger sind schwarz, ich glaube, die frieren gerade ab und dann hat sie auch später herausgestellt, ja, das ist nur der Handschuh, der abfärbt. Also so dramatisch war es uns zum Glück nicht. Das war dann ein bisschen die Anstrengung und Müdigkeit, die ein bisschen das dramatisiert hat. Und halt, dass wirklich alles gnadenlos abgesoffen ist. Genau, von dort sind wir auch wieder Zelt abgebaut, ganz schnell und runter ins Basecamp, wo wir um, was wirklich genial war, wir kamen um Mitternacht im Basecamp an und der Koch hatte schon unsere Stirnlampen gesehen, wie wir herlaufen und als wir ankamen, stand ein fertiges Abendessen da. Was einfach total genial war da für uns, dass wir noch schnell was reinfuttern konnten. Und im Endeffekt ist es dann ausgegangen, muss man dazu sagen, oder? Also wir haben, man klar, gebuckert, aber in 20 Stunden sowas waren wir dann durch. Und dann waren wir eigentlich schon bei unserer letzten Tour von unserem Trip, wo wir eben nochmal an Charresry gehen wollten. Unsere Linie, die wir mal begonnen haben, weitermachen. Wir hatten da, glaube ich, noch fünf Tage bis Abreise. Und Lea war dann am Chaktori einfach durch. Die hat gesagt, jo, ihr habt keinen Bock mehr. Und Elias und ich, das heißt Elias war vor allem noch richtig scharf. Ich war so mäßig scharf. Und dann dachte ich, okay, machen wir jetzt richtig gemütlich, haben das Portalage eingepackt, die ganz dicken Schlafsäcke und einen Tag nur vier Seillängen geklettert, zwei Seillängen über die Platten direkt geholt, das Portalage aufgebaut. Sind dann abends im Portalage gelegen, was voll geil war. Wir hatten nur die minus 40 Grad Schlafsäcke und einfach im offenen so entspannt schlafen konnte. Purer Luxus war. Dann haben wir eine super Nacht, sind bei Sonnenstrahlen aufgewacht und nach 20 Minuten hat es voll begonnen zu schneien. Und wir mussten erst mal irgendwie zwei Stunden aussitzen und waren schon überlegen, wieder abzuseilen. Aber da hat es zum Glück aufgehört. Es lag überall ungefähr 20 Zentimeter Schnee und die ganze Wand war klatschnass. Was zur Folge hat, dass der Tag wirklich nicht angenehm wurde und unsere Linie war ein kompletter Wasserfall war. Deswegen mussten wir dort eigentlich alles technisch klettern. Boah, ich glaube, an dem Tag haben wir viereinhalb Seillängen gemacht, bis wir keinen Bock mehr hatten. Und es war konstant so leichtes, technisches Gelände. Nach dem Tag sind wir wieder abgeseilt, haben alles mit Fixseilen fixiert und lagen wieder abends im Portalage. Leider war es wirklich saukalt, vor allem halt nass an dem Tag, dass ich mir ein bisschen Hände und Füße angefroren habe und auch eine halbe Stunde ans warme Travel Lunch gehalten habe und trotzdem nicht warm geworden ist. Das hatte dann auch jetzt ungefähr drei Wochen gedauert, bis das alles wiederkam. Und dann sind wir eben genau am nächsten Tag die Fixseile rauf und das war das, womit wir dann wieder gestartet haben. Ein bisschen Freikletterei. Dann sind wir eben genau diese Schuppe hier rauf und dann oben rüber und dort danach drei Seillängen ungefähr am Grat rausgehalten. wo wir hinkommen wollten, weil wir eben schon bei der davorigen Begehung waren. Ja, als Namen hatten wir Namjang Mejet, das ist auf Latakisch Never Forgotten, wo wir auch einfach ein bisschen an Ideen Leuten gedenken wollten, die im letzten Jahr so im Umfeld gestorben sind. Z.B. auch der Elisabeth, die am Charisri verstorben ist da. Genau, das war irgendwie nochmal irgendwie sowas, wo wir dem Tal noch was hinzufügen wollten. Also wen es interessiert, die Tour geht, glaube ich, frei. Ich schätze mal unterer Neuntergrad, irgendwie sowas. Und man kann es in einem Tag gut wiederholen. Genau, das war so das ganze Team, die uns die Zeit über unterstützt haben, die uns das Material hochgetragen haben, zwischendurch essen und für uns gekocht haben und eben dort am Tag wieder alles runtergetragen haben. Echt ein Haufen richtig starker Jungs, die echt da 30, 35 Kilo buckeln. Sonst dürfen wir uns noch bedanken bei all den Organisationen, die uns irgendwie unterstützt haben, finanziell oder mit Material, wo wir echt ein paar Firmen richtig viel bekommen haben und auch von den Alpenvereinen einfach gute Zuschüsse, die uns das so ermöglicht haben, dass wir da finanziell halbwegs unbeschadet rauskommen. Wir wollen uns auch bedanken, dass ihr zugehört habt. Hoffen wir mal, dass ihr einen Spaß hattet, irgendwie vielleicht Inspirationen mitgenommen habt und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, dann könnt ihr auch vor uns zukommen. Und auch Infos zur Gegend, ich glaube, ein bisschen einen Überblick zu allen Expeditionszielen im Sandskartal haben wir bekommen und da geht richtig viel und da ist richtig viel Neulandpotenzial so abgefahren. Ja, danke. Bist du dann? Alles gut. Danke. Herzlich. Ja, das war diesmal ein Video der ganz anderen Art. Danke an Lea und David, dass wir den Vortrag mitschneiden durften und danke, dass ihr uns an diesen coolen Eindrücken habt teilhaben lassen. Wir hoffen auch, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würdet ihr auch gerne mal auf eine ähnliche Expedition gehen? Und für wen das nix ist, keine Sorge, in zwei Wochen geht es dann wieder weiter hier bei Euraclimes aus dem Altmütal mit weiteren steilen, spektakulären Touren. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao.